Ja, das ist echt ein Problem. Das ist sehr verwundernswert, muss ich sagen. Dass ich hier mit den Dingern nicht so gut zurechtkomme mit den Rohstoffen. Ja. Aber okay. Es ist wie es ist. Reitet hinaus. Wir schützen den weißen Turm. Weiter, weiter. Das Katapult zum Schlachtfeld. Das Katapult. Okay. Was? Na? Na, 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 na? Okay, hier bauen wir zu. Lalalala. Muss echt. Ich habe echt ein Problem mit meinen Einheiten. Guckt mal die Rohstoffe an. Das kann doch nicht sein, dass ich so wenig habe. So, wo hat er denn was? Hier hinten hat er das Leuchtfeuer. Ja. Naja. Wird eine schwierige Schlacht werden. Aber guckt mal, wie langsam meine Rohstoffe steigen. Das ist schon merkwürdig. Ja. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, aber okay. Wer braucht einen Baumeister? So wenig Geld. Hier hinten konnte ich ja nicht, ne? Ich baue mal hier noch ein. Wir lösen uns bei IO. Sollen wir bauen? Trotz allem? Das ist echt. Bogenschützen warten auf weitere Befehle. Machen wir doch nicht bereit. An die Arbeit, Männer. So. Geh hinten rein. Mach den Bauplatz frei. Okay, er baut hier Dingens aus. Das heißt, wir müssen... Aufschatteln, Ritter! Das Gebäude ist fertig. Ritter, hier ein Kleinsatz bereit. Wir sind Gondos Elite. Bereit für die Schlacht. Das Gebäude hier ist fertig. Weiter, weiter. Das ist echt, echt merkwürdig hier. Na gut. Das Gebäude ist bereit. 1, 2, 650. Warum geht das so langsam? Naja gut. Man muss dazu sagen, dann kriege ich wenigstens wahrscheinlich hin, die relativ schnell zurückzuerbern, weil wenn er, ich sie jetzt nicht halten kann, kann er es dann auch nicht. Egal, was er sich dann holt. Wir werden Gondos Wälder verteidigt. Wer braucht einen Baumeister? Wir könnten mal hier unten. Noch was hinbauen. So hier. Wird erledigt. An die Arbeit, Männer. Dort können wir nicht fahren. Wir haben viel zu tun. Wir könnten mal auch hier. Noch was hinbauen. Los, an die Arbeit. Dann holen wir uns mal wieder das. Lanzen, reitet. Das Problem ist, der kann sich halt... Guck mal, der hat ja unten... Entweder ist das hier unten fruchtbar, aber das kann natürlich sein, dass das irgendwie so gemacht wurde. Was ich ein bisschen unsinnig finde, aber okay, okay. Muss man mit leben. Hier wären wir fertig. Es ist an die Arbeit, Männer. Das Katapult ist einsatzbereit. Das Katapult steht. Dann bauen wir hier hinten mal noch was hin. Wir könnten versuchen, uns in der Nähe der Festung zu halten. Also nicht so viel Schaden macht die jetzt auch nicht, dass ich mich da wohlfühle. Was sagten wir hier die Schmiede? Dann holen wir uns das. So, was wir machen müssen. Angreifen, bevor er angreift. Das auf jeden Fall. So, ich nehme ihn mal hier rein. Bleibt in Deckung. Oder hier rein. Okay. Wer braucht einen Baum? Dann bauen wir hier die Dinge und so weiter aus. Das dauert nicht lange. Die geschmiedeten Klingen sind fertig. Okay, schon mal. Das ist schon mal was. Bereit für die Schlacht. Jetzt wirst du hier. Geh rein. Geh rein. Alles muss man euch zeigen. Dann haben wir hier dahinter zumindest eine gewisse Verteidigung, die A, geschützt ist vor der Armee der Toten. Dann geht man hier durch. Und B, vielleicht ein bisschen mehr Schusskraft hat. Ja. Okay, weiter. Nehmen wir auch noch mit. Machen wir hier noch eins. Los an die Arbeit. Macht euch kampfbereit. Gehen wir mal hier. Information bleiben. Menschen von doll an. Gehen ja noch euch kampfbereit. So, so. Ruhig jetzt. Feuerpeiler. Okay. Bereit für die Schlacht. Hier. Ich mache auch wieder Leute. Also schon wieder nicht den Rotstoff, weil ich die Sonnen alle ausgegeben habe. Naja, wo doch geht es. Höhen bereit machen. So. Und so. Das Gebäude ist fertig. Und dann werden wir erstmal alle nehmen. Und euch mal schön positionieren. Hier entlang. Turmwaffen. Macht eure Waffen bereit. Macht euch kampfbereit. Hier beide. Hier beide geht in die drei. So. Wo sind jetzt? Bogenschützen. Hier. Gritter des silbernen Schwarz. Hier geht in die zwei. Information bleiben. Macht eure Waffen bereit. Hallo. Haltet nach dem Feind ausschaut. Eins. Jetzt aber. Geht in den Gewicht. Damit haben wir ihn ein bisschen positioniert. Ein bisschen manifestiert. Hier hinten hat er wohl sein Aufbaugebiet. Wir werden nicht direkt gegen die Festung gehen. Um zu hoffen, dass er da hinten ein bisschen Platz macht. Wir werden auf jeden Fall einen Angriff starten. Information bleiben. Gritter aufpassen. So. Die bauen wir noch aus. Die können gegen die Festung gehen. Aha. Die nehmen wir auch mit. Und die machen wir mal hier unten rein. Ja. Ja. Hier gehen wir zurück. Hier unten haben wir auf jeden Fall ein bisschen Schaden verursacht. Das ist soweit gut. Dann machen wir auch noch ein bisschen Schaden mehr. Okay. Hier unten ist Spaß. Ich mache hier. Die Tür. Ich habe wieder ein bisschen Rohstoffe. Das ist gut. Wir können mal ein bisschen ausbauen. Eins, zwei, drei, vier. Ein bisschen hier hin. Eins, zwei, drei, vier. So. So. Okay. Wir haben einen Baumeister. Da haben wir einen Baumeister hinter dir. Ja. Baut du mal hier draußen ein Sturm hin. Haben wir hier drüben noch einen Baumeister? Wir haben viel zu tun. Ja. Bauen wir mal auch noch hier einen Turm hin. Das geht hier hoch hart. Und der letzte Baumeister, der sollte natürlich mal hier endlich ein bisschen Heilung versachen. Wird erledigt. Für die Leute, die Heilung brauchen. Ja. Ich habe schon mal eine volle Truppe startet. Das wird gut. Entdeckung Männer. Rutsch. Rutsch. Runter. Ja. Achtung. Bleibt wachsam. Wir gehen mal hier hin. Durchboot sie. Jawohl. Jawohl. Wir gehen wieder zurück. Wir haben volle Truppenstärke. Das wiederum bedeutet, dass wir dann früher oder später mal vorrücken. Das Gebäude ist bereit. Das Gebäude ist fertig. Ja. Ritter. Zurück. So. Das bauen wir wieder auf. Sammelt euch Ritter. Wir bauen hier hin. Das Problem, Dül hat wahrscheinlich gleich Erdbeben und Dinge. Entsprechend nicht mal reagieren. Wir haben in der Tat viel zu tun. Wir bauen hier hin. Wir müssen uns beeilen. Okay. So. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt. Da noch irgendwas zu investieren, muss ich sagen. So. 2. 2. Okay. Dann seid ihr der ganze Rest. Information. Leider. Wachsam. Die 3. Das seid ihr. So. Okay. Wir gehen vor. Mit dem. Wir bauen das aus. Wir holen die hier raus. Wir bauen das aus. Wir gehen mit dem hier rein. Wir holen die hier raus. Wir gehen mit dem hier rein. So. Lalalalala. Wir gehen mit dem hier raus. Wir gehen mit dem auch vor. Katapult ist geladen. Haltet nach dem Fangen auf. Mal. Mal. Wir werden angegriffen. Macht euch kampfbereit für die Schlacht. Wir brauchen mehr Steine. Gegen Gewicht einhängen. So. Einmal hier natürlich. Wir werden Gondorswälder verteidigen. Macht eure Waffen bereit. Lanzen. Ja. Wir gehen mit dem Fangen. Nein. Ja. 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 Ja, gehen wir mal zu. Ich hilfe natürlich nicht gegen die Armee der Töten, aber ich wollte es mal ausprobieren. So, hier unten. Das haben wir noch in Füttung. Wir brauchen hier noch. Also. So. So, so weit so gut. Wir gehen mal mit dem Katapult raus. Gehen wir raus. Ja, und mit dem schützen wir hier hinten ein bisschen. Lalalala. Aha. Da hat er sie. Da hat er sie. Ja, okay. Dann gehen wir mal mit dem hier wieder rein. Passt, Feuer frei. Die eigene Gemeinde an. Auffass uns bloß. Okay. Das Problem, wie gesagt, sind immer noch die Nachschublinien. Er hat jetzt hier hinten ein bisschen was gemacht. Das ist, äh, wir wollten ein bisschen Auer machen. Aber es wird mich jetzt auch nicht so extrem schattet. Oh, wie gesagt. Und hier oft ist rein. Hö. Sie greifen wieder an. Die mahnen wir sind bereit. Und schützen einsatzbereit. so, wo fällt er an? hier unten wir werden angegriffen wir sind Gondors Elite, Bogenschützen warten auf weitere Befehle so, das hat soweit gewirkt, hier oben kommt Nachschub der hat dann gehen wir mal da drauf kann ich das reparieren? ja, kann ich empfangt sie hier so, sehr gut, wir gehen zurück so, so da unten ist das ok na dann gehen wir mal vor wir können keine weiteren Einheiten befehligen reißt diesen dunklen Ort nieder aha, warte mehr, wir gehen mal hier hin hier entlang so, so die können nichts die können nichts die machen schon die können nichts hier oben kommt Nachschub so, so haltet nach dem Feind ausschauen die Schlacht macht eure Bögen bereit Verteidiger des weißen Baumes mit den gehen wir jetzt vor ich hab noch keinen Katapult die gehen schon wieder nicht lanzen hier lang lanzen träger weiter, weiter, weiter reitet ihn aus ja, hier geht ihm die Einsen nach dem Feind ausschauen Menschen von Dol Amrod nach euch Kampfbereit so, hier machen wir mal zu die Einsen lalalala 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 ja ja, warum kann ich jetzt nicht verdammt ja, dann gehen wir mal vor hier oben haben wir die Ritter noch die können wir mal inzwischen gucken normal und gehen mal hier hin und gehen auch wieder so wir machen hier auf und werden auch ein bisschen vorgehen so lalalala lalalala ein bisschen zurück mit denen so während du eigentlich nicht hier sein solltest du brauchst mal hier was aus dann brauchst mal auch die da wir werden angegriffen äh, okay äh, Nachschub brauchen wir Nachschub, natürlich so 1, 2 1, 2 äh, 1, 2, 3 1, 2, 3 hier so nö, 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 nö du da, du da, hier irgendein Feuer da drauf. Dann geht's. Okay. Das Katapult hat er schon. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Wir sind Gondors Elite. Bogenschützen sind Bordenschützen. Gehen wir. Nein, nein. Das Gebäude ist bereit. Sie haben angegriffen. Unser Land wird gelagert. Okay. So weit, so gut. Hier haben wir. Das haben wir eine Katapulte. Dann haben wir hier neue Einheiten. Hier nicht. Verdammt nochmal. Die sind aber auch teuer. Ich werde wahrscheinlich erst mal weniger auf Pferde gehen, sondern erst mal mehr auf Bogenschützen. Keine dumme Idee. So. Aha. Dann kommt er jetzt mit mehreren Katapulten. Unsere Abi kann nicht noch mehr drücken. Okay. Jetzt geht man hier hin. Wieder in die zwei. Wirft sie wieder. Wirft sie wieder. Wirft sie wieder. Pelsen bereithalten. Sie Reichenbordenschützen barten auf weitere Befehle. So. Ihr seid auch hier. Es ist schön, dass ihr da seid. Das freut mich sehr. Information bleiben. Unsere Truppen werden angerechnet. Verteidiger des Weißen Baumes. Hier, da drauf. Da drauf. Menschen von Dol Amrod. Wir gehen mit denen zurück. Wir haben hier noch zwei Katapulte. Erhaltet den Horizont im Atapult. Und zwei. Sammelt euch, Ritter. Auf was ein. Spannen. Hier geht mal in die drei. So. Und werdet mal hier ein bisschen Stellung beziehen. Und ihr auch. Bereit für die Schlacht. Reitet. Also. Wir müssen mal wieder ein bisschen vorwärts gehen. Das zählt ja nichts. Aber wir wollen oder nicht. Menschen von Dol Amrod. Sammelt euch, Ritter. Jetzt muss rein. Drum gehen wir mal hier hinten rein. Mit denen. Und mit denen. Gehen wir vor. Rücken wir vor. Aufpassen. Los. Wir haben viel zu tun. Macht eure Waffen bereit. Mehr Munition. Menschen von Dol Amrod. Lasst sie kommen. Ritter. Imrahil. Mehr Munition. Ritter des silbernen Schwarz. Reinigt dieses Land. An die Arbeit, Männer. Bereit für die Schlacht. Bleibt wachsam. Sie haben angegriffen. Wo sollen wir bauen? Ritter des silbernen Schwarz. Wir brauchen mehr Steine. Wir haben Glück für die Schlacht. Wir reiten zurück. Zurück zum Lager.